ja mich doch am Arsch das ist ein bisschen abgeschnitten ich hoffe es macht nichts aus ähm ich weiß jetzt immer nur wieviel die Patte ist, ich hab's wieder vergessen also wir haben ja die Schaubklautarnung erhalten ich weiß noch was ich brauch alles äh und wir haben ein Lichtdiamantenkohl wir haben von einem nicht mehr fliegenden Klautra, der ja keine Flügel mehr hat ähm den Schlüssel für die Lichtkamera erhalten und dann den Lichtdiamantenkohl bisschen Komplikationen ja und wir wurden ja von Scarlet angekehrt wo ist der? wo ist der? deckmilch ich bin deckmilch ich bin deckmilch ich bin deckmilch aber egal die sind so genannte nein 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 ich wollte das Lichtdiamantenlicht da drin du kannst verbandeln wo ist die nächste Kamer? das wird jetzt auf jeden Fall lang dann da geht es zur Lichtkammer das weiß ich hier geht es zur Lichtkammer da hab ich ja den Schlüssel aber jetzt geh ich noch nicht rein am besten ist es immer mit allen dreien sehr schön Jokumo Putschi Putschi oh das ist so schrecklich Bär Rache ist süß Rache ist süß Ach ich hab auch falsch gemacht gerade bin so aus der Übung vergesst er nur ich das machen muss Ah ok Hoppala jetzt wäre ich bei einem wirklich der Rüge geschmol Rüge so da sieht man sogar einer der der Sauhäner zu dem komme ich jetzt nicht das war jetzt fies das war jetzt fies ich hab nichts gesehen weil ich so blöd bin runter zu gucken ach komm weg mich ich weiß nicht wer ich jetzt als nächstes mag okay Gott sei Dank habe ich die Chancen im Wicke ach fick dich das ist es wert Riech 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 das ist der rote jetzt fehlt noch ein blauer Traubenzüller weiter fressen das ist dein Licht jemals ich erzähle in der Lichtkammer dass das so eine umgeht und dann füsst du wieder mit einer Giesoweser so wie immer meine versäufe ich mich jetzt zu schrocken das ist das so ein bisschen Oh, das war jetzt Glück ich mache mal ein bisschen noch ich weiß nicht wie er sich jetzt umritt hat weil ich weiß nicht Und die andere war dahinten. Ja, wo ich ja schon Gott sei Dank das Ding aufgemacht habe. Ich muss mich wieder dran übernehmen. Jetzt habe ich keine Stadt Magie mehr. Aber, naja. Das ist ein weißer Troll. Ich wusste nicht, ich habe das voll wechseln. Ey, licht mich doch. Du meinst, kann ich da auch gehen zu dir. Das ist wie, gell? Das ist ein Licht, wie er war. Seit sie in der Lichtkamera-Festung ein, um die Kamera-Festung wieder mit Energie zu versorgen. Shiny Cloud Runner heißt übrigens übersetzt, ähm, 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 Krattenbecker raus. Lauf da durch. Wolkenläufe. Laufen, äh, halt. Läuft die auf Wolken laufen. Laufen, äh, halt. Halt. Laufen. Ein bisschen entspricht für die Kaufer. Nichts, ich muss mich lachen. Hör nie, ich hab das gesehen nach. Ah, falsch. Nene. Ja, du Pummele hier, du kleine Pummele, ich hätte schon nicht kommen, sieh jetzt hier jeden. Okay, wo ist was, wo ist das? So, hier müssen wir jetzt rein, ich hab mich nur verlaufen, nur ein kleines bisschen verlaufen. Ähm, 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 ich bin jetzt sowieso in den falschen, ach ja, Tricky ist ja nicht mitbekommen, weil er die Cloud Runner nicht liken kann. Puh, weil doch eins sitzt. Jetzt wird's guter an. Jetzt wird's guter an. Kleine, ähm, Fuchs kann, wie so schlecht atmen, der kann daran sterben. Aber jetzt sagt, kann er wieder atmen. Und das ist der ungeflügelnde Cloud Runner. So, ich hab hier noch das Problem mit denen. So, ich hab hier noch das Problem mit denen. Wir machen das Problem mit denen. So jetzt bin ich noch mal existiert. So, ich hab hier noch keine Koffer aufregung, wo ich hier noch nicht informiere. So, ich hab hier noch nicht mit dir. So, ich hab hier noch nicht gepackert, ich hab hier noch nicht gepackert. So, gibt's nur das Problem. So, das ist jetzt ab, dass du mir dann nie so gut Ach, wir fangen, das mood für ein bisschen. Da sind wir ja durchgeschnupfen, fehlt nicht. So weit und so fort. So weit und so fort. Und jetzt mal noch mal die. Die müssen später dann noch mal die. Die will die nicht. Das ist so normal. Das ist so normal. Das ist so normal. Na komm her. So gehts da durch? Ja man, komm her durch. Ich bin zweit. Kann ich entweder hier oder hier. Nein, das war jetzt die Fans schon nicht. Genau. Genau, andersheran. Also ihr müsst eigentlich an einen anderen Luftstrung hin. Aber... Jetzt wird's halt. Und jetzt sind springst du dann. Jetzt haben wir wieder die Luftstrung irgendwie her. Das war knapp. Das war cool. Das war knapp und cool. Das war knapp und cool. Das war knapp und cool. und im verletzten ist ja nur so und dieses Ja, wie ging das nochmal? Ich musste mir scheiß gegenüber sehen, scheiß halt. Scheiß drauf. Ja, komm her, kleiner Futsche. Komm. Feil vorgefressen, Kaut. Und da sind neue. Ich muss ja unbedingt alle. Ne, kaputt machen. Ja, und natürlich muss alle kaputt machen, die noch hier sind. Und zwar ist es da drüben noch. Einer. Ja, es geht schon mal auf, Mama. Da oben ist ein Baphon Dad, oder? Ich kann, glaube ich, keine Baphon Dads mehr nehmen, aber ich weiß. Ja, ich hab richtig schon. So viele Baphon Dad. Und jetzt geht das durch hinaus. Und das müssen wir mit Shop-Claw-Kostüm machen. Shop-Claw, Shop-Claw. Ich bin dein Böger, Shop-Claw, Shop-Claw. Hier war's. Jetzt kann ich mir erst nie nehmen. Vorher, glaube ich, konnte ich auch nicht mehr machen. Das ist sicherer so. Ups. Entweder bin ich blendet oder so. Naja. Ja, jetzt ist es nicht mehr erlaubt, das zu nehmen. Ich muss von northern raised to醒en und Toredź bekommen. So, wie so ein masuk ihnen spinnen. Fick dich, da ist ja nur noch ein paar Tür aufnehmen. Hoch, ho, hoch, 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 hoch. Hoch, hoch, hoch. und aktivieren mit dem Konto wird hier abgesetzt so ach schön ja ich weiß warum es nicht warte ich dich nicht kenne ja weil ich ja noch nicht schraub vorgetan bin ey du kleiner Mann ich habe zwar meine Karte aber trotzdem da kreuzig kreuzig da kreuzig kreuzig da kreuzig kreuzig ich habe irgendwas falsch gemacht aber egal ich brauche auf jeden Fall die Bombe dann später kleine unschuldige Schamklau also wo ist die Leiter? wo ist ne Leiter? hey no take ach so die Leiter sind ja nur der Leiter checkt jetzt gecheckt fixte scheiß Teil aufnahmen hochlettern und diesen Part beenden auf der Leiter bis zum nächsten die Leiter die Leiter sind